Okay. Ich bin einigermaßen zerstört. Wir müssen uns diese Webseite gemeinsam anschauen. Danke an der Stelle an CompMode. Hat auch schon ein Video dazu gemacht. Hat mich nennenderweise darauf hingewiesen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen hattet. Link von CompModes Video. Natürlich haue ich euch hier rein in das Video. Aber schaut euch das an. Das ist bemerkenswert. Und echt gruselig. Annullierung der Roadmap 2024. PUBG und Fortnite ziehen die Notbremse. Die Annullierung der Roadmap 2024. PUBG und Fortnite ziehen die Notbremse. In einer überraschenden Wendung haben die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite ihre Roadmap für das Jahr 2024 zurückgezogen. Die geplanten Neuerungen und Featuren werden vorerst aus Eis gelegt, um einen Raum für eine tiefgreifende Überarbeitung zu schaffen. So, das ist... Jetzt kommt's. In einer überraschenden Wendung haben die Entwickler von PlayerUnknown's Battlegrounds und Fortnite ihre Roadmap zurückgezogen. Die geplanten Features werden auf Eis gelegt, um Raum für eine tiefgreifende Überarbeitung zu schaffen. Und Epic Games, das Unternehmen, das hinter Fortnite steckt, hat die Übernahme von PlayerUnknown's Battlegrounds bekannt gegeben. Und sie versprechen damit, die Gaming-Welt zu revolutionieren und die Grenzen des Battle Royale Genres zu sprengen. Oh, 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 oh mein Gott. Bevor wir uns den Details widmen, es kann sein, dass sich die Zeitpläne noch ändern, alles klar. Das ist nicht weiter überraschend, wenn man sowas Extrems durchführt. Aber, ich möchte nur kurz darauf eingehen, aber es ist wirklich episch. Sie werden die Karten vereinigen. Oh, mein Gott. Leute. Die Zusammenlegung der Karten von PUBG und Fortnite, ein Meilenstein für die Gaming-Community. Oh, mein Gott. Die ikonischen Landschaften von Erangel, Miramar und Weekend, die werden nahtlos mit den farbenfrohen Welten von Fortnite verschmelzen. Die Spieler können jetzt zwischen den verstrauten Schlachtfeldern und den fantasievollen Schauplätzen hin- und herwechseln. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Skin-Transfers werden dann einigermaßen herausfordern. Das stimmt. Spielgegenstände und Skins zwischen PUBG und Fortnite hin- und her zu switchen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Das stimmt, aber die Entwickler arbeiten mit Hochdruck daran, diese technischen Hürden zu überwinden. Ich habe Fortnite nie gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn ihr zum Beispiel die Barrel habt, diesen erweiterten Skin, dass sie den jetzt in Fortnite nicht so ohne weiteres übernehmen können. Ich weiß es nicht, aber ich bin da immer sehr gespannt. Und wie gesagt, die haben ja auch ein paar PS unter der Haube. Epic Games haben ein paar PS unter der Haube. Die können sicher so ein Barrel-Skin mal so easy-peasy für Fortnite portieren. Das ist kein Problem. Ich meine, es gibt keine Barrel in Fortnite. Aber Details, also das kriegen die schon hin. Da bin ich optimistisch. Ich bin sehr sarkastisch gerade, das muss ich vielleicht dazu sagen. Oh, aber das ist gut. Aber da kommt dafür was... Oh Gott, oh Gott. Es wird immer gruseliger, Leute. Es wird immer gruseliger. Als Entschädigung für den Verlust der Skins wird es im Fortnite-Universum einen brandneuen Bereich geben, den Premium-Shop. Hier kannst du mit deinem V-Bug-Guthaben günstige, ähm, exklusive Skins-Emotes und andere kosmetische Gegenstände erwerben. Die Community hat diesen Schritt begrüßt und freut sich auf die Vielfalt an Anpassungsmöglichkeiten. Oh mein Gott. Der Countdown, erstes Quartal 2025. Dann können sich die Spieler auf das epische Crossover aus VicHandy und Fortnite freuen. Und die Lieblingscharaktere aus beiden Welten aufeinandertreffen lassen. Die Community war maßgeblich an dieser Entscheidung beteiligt und wir sind gespannt auf die Zukunft dieser einzigartigen Gaming-Ära. Holy Macaroni, holy Macaroni. Ich kann das jetzt noch nicht alles verarbeiten, ich finde es krass. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde das Video so kurz wie möglich halten und, ähm, mir jetzt einen Baldrian-Tee machen. Ich bin nicht sicher, ob ich das gut finde. Ich bin sicher, dass ich es nicht gut finde. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich, ich gehe zurück zu Helldivers, Leute. Erstmal im Ernst, was ist da los? Mal ganz ehrlich. Oh mein Gott. Danke fürs Zuschauen und wie gesagt, haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ciao, ciao.